Balramen, dieser Arsch. Ich habe jetzt zwar noch nicht nachgeschaut, aber ich habe jetzt nochmal überlegt, was habe ich denn gerade in der letzten Folge so erlebt. Und da war doch dieses Stargate, ne? Ich habe mir dieses Tor angeguckt, bin dann zum Stargate, habe durchgeguckt, habe gesehen, da ist offen. Und dann bin ich durchgegangen, dann war das Ding wirklich offen. Und ich glaube, so war das hier auch, als ich da hinten durch bin. Oder kann das sein, da, als ich hier durchgeblickt habe? Weil mittlerweile leuchtet das auch nicht mehr. Ich glaube, das war, genau, das Rätsel der Illusion. Ähm, aber erst einmal hallo da seid's und willkommen zurück bei Hairblade. Wie kriege ich das wieder auf? Okay. Jetzt habe ich es noch wirklich geklärt. Ja, da musst du aufpassen, aber... Toll gemacht, toll gemacht. Dann gehen wir dem Siegel mal in den Kragen. Fokus. Ist der Stein unten weg? Nee. Das Tor ist jetzt offen. Ich spüre nichts. Wir gehen da jetzt durch. Das Ding leuchtet wieder. Das schaut auch wieder so toll aus. Der Wald soll uns beobachten. Hängen ihr Gesichter in den Baumkronen? Also wenn ich jetzt die ganzen Spielmechaniken so kennengelernt habe mit... ...mit Zeichen in der Welt wiedererkennen. Und Illusionen und so. Vielleicht bemerke ich ja, dass uns irgendwo aus der Baumkrone ein Gesicht angrenzt. Ah, Gesicht angrenzt. Ich habe doch die Entwicklertagebücher gesehen. Da fällt mir gerade was ein. Das könnte jetzt dann kommen. Da war... Ach, das war ein Auge an dem Baum. Da eben war an dem Stein auch was. Da? Schweinerei. Wir werden ja wirklich beobachtet. Ich drehe dir ins Auge. Komm. Guck nochmal und du bist blind. Boah, das ist ja unangenehm. Da auch wieder. Mensch, die wissen aber mit... ...mit den... ...Elementen, mit den Möglichkeiten umzugehen. Ich habe gerade etwas Gänsehaut. Gemein. Da wieder durchgucken. Aber erst mal wieder ein Siegel aktivieren, ne? Ja, was denn nun? Fuckers. Da oben immer noch. Ich muss da hoch, aber... ...erst mal muss ich hier wieder... ...da? Eine Illusion brechen. Ravenholm. Da müssen wir durchgucken. Jetzt komm ich ja bloß hier hoch? Nee. Darum, okay. Der sieht ja doch aus wie ein Rabe und mit dem Kopfzucken? Passt auch. Ich lasse mir von der Nix einreden. Ich muss da durch. Ja, Pappnasen. Hier geht's nicht weiter. Hier kann man bloß halt stehen. Denkt man gar nicht im ersten Moment, dass hier ein geschlossener Kreis ist. Es wirkt von etwas weiter weg erst nicht so, aber wenn man dann erstmal drinsteht, dann schon. Wird ja gleich gekämpft? Nee, ist gerade Rätselzeit. Hier wird nicht gekämpft. Wie das Licht immer wieder durchblitzt. Was ist denn hier unten? Sackgasse. Gut, dann halt nicht. Ich lasse das eben in dem Spiel gerne auf mich wirken. Also die vielen, vielen Pausen. Oder einfach mal in Kämpfen dann die Musik für sich sprechen lassen. Und das Geschehen. Das empfinde ich als genau richtig. Der will noch nicht. Das wäre zu früh. Was ist denn hier? Ist sie verloren? Ein Verdammt. Einige, wie die Wahrheit, werden Verdammt in der Suche von Penance. Andere, wie Senua, um einen Kurs zu verbrechen. Die, die es zurückführen, sind immer wieder verändert. Okay. Also verwirrend finde ich es gerade nicht. Ist doch ziemlich klar, wenn man das einfach erst einmal begriffen hat. Ich mache hier mal auf, sicher ist sicher. Schieben. Da haben wir jetzt eine kleine Abkürzung gefunden. Ist es noch Leiter oder Treppe? Hm. Kann ja ruhig sein. Am Ende wird aber sterben müssen. Senua schielt immer, oder? Das war schon mein erster Eindruck bei ihr. Sie schielt gerne. Zumindest macht es auf mich den Anschein. Ist vielleicht auch eine Illusion. Okay, die Treppe. Da muss ich dann runter. Dann schaue ich aber erst mal hier rüber. Dann gehe ich erst mal die Treppe hoch. Weil, ups, da, heiß. Das scheint mir nämlich der Weg weiter zu sein. Was bringt mir es, hier oben zu sein? Ey. Gefühlt gar nichts. Da kann ich zwar darüber gucken, aber das bringt mir hier gar nichts. Ich könnte hier runter. Will ich da runter? Von da komme ich doch. Ist doch Quatsch. Ne, gehen wir wieder rüber. Und gehen dann jetzt durch. Ne, oh, nee. So. Die sagen im Hintergrund zu verschwommen. Varavn. 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 Was ist passiert? Sie kann jetzt runter. Was kann sie runter? Was ist passiert? Ah, und jetzt... Jetzt gehe ich... Die Treppe muss irgendeinen Sinn haben. Ich bin jetzt durch. Die Treppe ist da. Die Treppe ist noch da. So soll es ja auch sein. Jetzt den ganzen Weg zurück, denn dadurch geht es nicht. Kann ich hier nicht runter? Doch. Und hier drüber geht nicht. Jetzt wieder zurück, aber durch kein Tor gehen, oder? Ist das richtig, oder... tappe ich da gerade im Dunkeln? Leider kann ich die Treppe gerade nicht von hier sehen. Ich werde es zwar einfach ausprobieren müssen. dass es hier Backtracking gibt, das ist nicht neu. Und da schaue ich jetzt mal, ob die Treppe immer noch da ist. Solange ich nicht durch so ein... Ja, was eigentlich durch so ein Tor laufe? Sollte das eigentlich klar gehen? Moment, das war noch keins? Die Treppe ist noch da. Dann jetzt nicht da unten durchlaufen. Dann ist vielleicht wieder alles... Pusteblume. Fuckers. Fuckers. Sagt gar keiner. Wenn du die Song von Valraven hörst, folgst es und es wird dich zu ihm führen. Aber bewaren von seinen Illusionen. Du kannst nicht immer deine Augen trusten. Warum soll ich denn jetzt fokussieren? Kann ich dann klarkucken, oder wie? Valraven. Ja, wir werden ihn finden. Ein Mammut. Ein Mammut. Dieser Schimmer, der immer wieder auf... ...den Objekten auf der Umgebung liegt. Da hinten ist es rot. Der wird schon leben. Druth sagt, da gibt es immer noch eine andere Route. Find einen Weg, Senua. Geh raus. Find deinen eigenen Weg. Es ist ein anderer Weg. Boah, mit den Stimmen den ganzen Tag am Ohr. Ich weiß ja nicht. Man will ja auch mal seine Ruhe haben. Heute gibt es wieder einen Kampf. Ähm. Okay. Hier ist so viel Platz. Boah, wie das ausschaut. Ist da ein Loch in der Erde? Nee. Da muss ich doch meinen Fokus einsetzen, hä? Was sagst du? Oh, zwei. Vielleicht noch drei? Ich schaue mich noch ein klein wenig um, bevor ich loslege. Ah, ich hänge. Dann vielleicht erst mal den weniger schlimm. Hoppala. Was war denn das? Hohohohoho. Warst du das, du Neuer? Hm. Nein, nicht zwischen beide. Nicht zwischen beide. Ja, genau. Hau ihn mit. Au. Vielleicht. Oh, oh, oh. Nicht dazwischen. Naja. Den Fokus spare ich mir noch auf. Noch ist es nicht so ernst. Oh, oh. Der hat aber echt einen coolen Schild. Der gefällt mir. Er erinnert mich gerade ein klein wenig an die Plänkler aus Age of Empires. Ja, hier ist irgendwie Ende. Ja. Nee, das war neben uns. Ich will ja eigentlich erst den kleinen Tod machen. Wenn er so einen Schwerenangriff macht, ist er erstmal wieder angreifbar. Der Herr hier. Na, 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 na. Zwei Schläge hintereinander sind sehr schwierig. Ah, jetzt hänge ich gerade blöd um ihn herum. Da mache ich dich jetzt erst platt. Blöder Hans, du. Bringt er gleich einen neuen an? Oh, nein. Aber immerhin hat er kein Schild dabei. Eigentlich muss ich ihn jetzt bekommen. Er hat schon viele Schnitte bekommen. Oh, jetzt taummelt er. Das ist meine Chance. Nicht. Schade. Na. Aha. Nicht, 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 nicht. Oh, oh. Jetzt wird's ernster. Na, 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 na. Hier unser langer Freund. Jetzt gleich im Heimer. Das war dein Problem. Oh, oh, hallo. Es ist, als ob ich keinen mehr, der blocken kann. Okay. Soll jetzt schneller gehen. Einer weniger. Was ich noch gar nicht gemacht habe, so einen schweren Angriff im Rennen. Oh. Oh, oh. Okay, sollte ich mal anders ausprobieren, wenn ich nicht gerade so verletzt bin. Nicht schlecht. Hallo. Oh. So, einer ist er wieder. Aber bloß, ah, einer. Nee. Zwei mit Schilden. Nein. Nur einer. Was ich mich gerade frage, soll ich für ihn jetzt meinen Fokus mal opfern? Also einmal zu Beginn, ja. Aber gegen Ende, wer weiß, ob noch Schlimmere kommen. Noch eine neue Welle. Na, lass mich in Ruhe. Jetzt muss ich erstmal raus. Ja, ja. Mist. Mist, Mist, Mist. Ja, dieser Sprintangriff, der kann echt gut sein, aber kann uns genauso auch in arge Bedrängnis bringen. So, der ist weg. Hm. Ich will zu ihm. Der ist nämlich gleich im Eimer. So, kommt wieder ein Neuer. Kommt hier noch ein Neuer. Oder bist du der Letzte? Scheint der Letzte zu sein. Kann ich nicht unter die Beine rollen? Das wäre schön. Kann ich dich blocken? Ja, ähm. Ja, doch, es geht. Habe ich bei ihm noch gar nicht probiert. Auch nicht vorhin in der Halle. Oh. Das hat er vorhin schon mal gemacht, dass wir da hinten an der Mauer standen. Also die mit dem Schürzen echt nicht ohne. Wir gewinnen. Was fliegt denn da immer so Grünes raus? Ist das Spock oder sind das bloß Blätter? Gallenschleim. Aber das war jetzt ein schönes Blatt. Versuche ich es mal wieder mit der Taktik. Hat ja vorhin auch gut funktioniert. Mist, das sollte mal ein schwerer Angriff werden. Hoppala. Jetzt. Einmal geht wieder bloß. Ich will bei ihm gar nicht mal so weit weg gehen, denn... Dann kann er uns am ehesten Mal nicht erwischen und dann kann ich angreifen. Ich spart den Fokus auf. Ist bloß einer. Wer weiß, ob jetzt noch eine Welle kommt, die richtig übel wird. Dann brauche ich ihn. Das schaffe ich jetzt so. Ist zwar mühsam, aber... Geduld, Konzentration... Und... Irgendwas anderes noch. Komm schon, Schlag zu. Ha. Ha. So, jetzt war es das gleich mal mit dir. Strike him. Niederstrecken. Wenn ich mal wieder darf. Schade. Jetzt. Schade. Versuchen wir es mal über links. Schade. Äh. Jetzt wieder. Zweimal schlagen ist nicht. Immer nur einmal. Und weg. Gut. Das war... Es war... War nicht schwierig. Es war mühsam. Aber mühsam... Änder ich mich ja auch manchmal. Also. Wir machen der nächsten Folge weiter. Hat gerade gespeichert. Ich werde die erste Aufnahmesession jetzt erst einmal beenden. Ja, die Folgen müssen ja hochgeladen werden. Codea hat hochgeladen werden. Also bisher bin ich sehr angetan vom Spiel. Gefällt mir sehr. Das Kämpfen macht Spaß. Macht Spaß. Die Atmosphäre im Spiel. Die Geschichte. Ich bin gespannt auf mehr. Ich hoffe ihr auch. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschau tschüss. Tschüss.